INTRODUCING FIRST Talking out of the red corner Out of Vienna, Austria By way of Serbia A mixed martial artist Okay, nochmal Das Intro muss schon passen Nein, das lassen wir so Egal, egal Normalerweise sagen wir immer, danke, dass du gekommen bist Aber in dem Fall Sind wir zu dir gekommen Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast Sehr gerne Und ja, weil ich das Intro versaut habe Du bist MMA-Kämpfer Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder Mit einem Pro-Rekord von 14 zu 2 Vorganglich 16 Pro-Kämpfe Über was für ein Zeitraum ungefähr? Ich bin Mein ersten MMA-Kampf Habe ich vor 10 Jahren gehabt Und vor 10 Jahren war Gab es auch keine MMA-Amateur-Liga Da hat man gleich ins Profi-Business einsteigen dürfen Zu meinem Gutglück habe ich Bin ich nicht direkt Als war MMA nicht direkt meine erste Kampfspartat Ich habe mit Kickboxen begonnen 2006 Ah, 2005, Entschuldigung 2005 2006 war dann mein erster Kampf Und dann 2011 den Switch zum MMA Und eben Also in 10 Jahren 16 Kämpfe plus Einen Amateur-Kampf Also 17 Kämpfe Gemacht Plus 2 Kreuzband-Verletzungen Die lange Die haben Circa 2-3 Jahre Haben wir das dann wegnommen Also Aktiv 7 Jahre Beim Judo ist auch extrem viel Kreuzband immer Wir kommen vom Judo nämlich Ich denke es ist überall Bei jedem Also Das Knie Haltet nicht das Alles aus Also Judo Ringen Football Eishockey Die Belastung ist extrem hoch Es ist halt so viel Druck Auf den Knie Und manchmal ist es nicht Das eigene Körpergewicht Sondern noch ein externes Gewicht Was bei mir der Fall war Bei der zweiten Verletzung Da sind mir Zwei Zwei Trainingspartner Auf meine Beine gefallen Auf mein Knie gefallen Und Beim Ringen Von hinten Also ja Sorgt das eigentlich Beim Judo passiert es auch oft so So einfach Nicht einmal während dem Kampf Sondern Von jemand anderem Oder war es im Kampf Vom selben Nein Es war im Training Ein anderer Trainingsgegner Also Trainingspartner Ein anderes Genau Also ich habe gerungen Mit einem Partner Und hinter mir Hat noch ein paar Gerungen Und einer hat den Geworfen Und hat ihm quasi In meine Beine geworfen Mit ihm selber So habe ich mir mal Den Mittelfuß gebrochen Ich bin gestanden Zehen aufgestellt Und mir ist jemand Auf die Ferse gefallen Und dann hat er meinen Boden In Dann hat er meinen Fuß In den Boden getrunken Dann hat man ein bisschen Wenn man wieder geheilt ist Und wenn man wieder Dann anfängt In der Gruppe zu trainieren Hat man halt wirklich Ein bisschen Paranoia Vor den Leuten Links Rechts Hinter dir Und ja Aber zum Glück Ich habe ein gutes Team Und mich Und wir schauen Alle auf uns Und das passt schon Aber weil du gesagt hast Zippo Mittlerweile weiß es jeder Dass er Platz 2 der Welt ist Oder jetzt gleich Platz 3 Aber es ist Platz 1 bald Ich finde eigentlich nicht Ich sage das immer wieder Ich finde es arg Normalerweise sollte ich In Österreich Oder in Wien Jeder kennen Wie ist das so? Ich werde schon oft Auf der Straße erkannt Und es sind halt auch Die Leute Die mich grüßen Und ihre Fotos machen Es sind viele Es gibt aber auch viele Die mich halt erkennen Und sich nicht trauen Oder sich nicht kommen Also ich will nicht wissen Wie viele es von denen gibt Es ist enorm In Wien Österreich Ich war ja vor kurzem In Serbien Dort ist es halt Genau das wollte ich Ganz sagen Dort ist es halt Abnormal Also dort Vom Polizisten Bis zum Feuerwehrmann Bis zum Taxifahrer Bis zum Bäcker Cool Also von vorne bis hinten Also ich habe eine Situation Jetzt gehabt Vor ein paar Tagen Ich bin in der Früh Alleine spazieren gegangen Durch Belgrad Und eben Ich habe auch nicht Auf Social Media gepostet Dass ich eben In Belgrad bin Ich habe alles erst repostet Kurz vorm Abflug Und die Leute wussten halt nicht Dass ich da bin Und trotzdem Ich bin gegangen Mit Kappe Mit hin und her Und dann ist auf einmal Ein Jeep Ein Polizeijeep Stehen geblieben Und kommen drei Polizisten raus Und fragen mich Nach meiner Nach meinem Ausweis Und die denken mir so Okay was jetzt Und ich hebe mir den Ausweis Und dann sagen sie Ja du bist Alexander Rakic Und der eine Polizist Hat ihnen gesagt Siehst du Ich habe sie gesagt Dass es ja ist Also sie haben es eben Nicht geglaubt Dass ich das bin Und hin und her Und dann reden Und hin und her Auf einer Seite Ist es sehr schön Man wird wirklich unterstützt Auch Generell überall Ideal viel besser oder Ach ja Also überall auf der Welt Also ich höre wirklich Von überall Irgendwas Mein Trainer War jetzt in Kroatien Auf Urlaub Dort haben sie ihn erkannt Erkannt Erregen Und man will halt Aber auch seine Ruhe haben Wenn es nötig ist Vor allem wenn ich jetzt Unterwegs bin Mit meinem Sohn Und mit meiner Frau Ist es halt nicht immer Der Fall Dass die Leute Mich in Ruhe lassen Aber ich kann auch nicht Nicht halt arrogant sein Und sagen Nein ich will kein Foto Oder das Weil es spricht sich Dann schnell herum Alex Oder wie die meinen Es nämlich Rakic Ist da wo er ist Jetzt will er keine Fotos machen Interviews geben Hin und her Das ist nicht der Fall Also ja Da wollte ich auch nur fragen Weil wir haben über das Im Vorfeld Ein bisschen geredet Gemeinsam Du bist jetzt So arg weit oben Und so viel Erfolg Aber wenn man dich trifft Auf der Straße Oder letztens wie wir Bei dem Charity Event waren Und man sieht Wenn man dich kennenlernt Einfach null Überheblichkeit Und Ist es was wo du Weißt du aktiv dran arbeitest Machst du dir irgendwas dafür Weil es gibt schon viele Kommt mir vor Egal ob es jetzt im Kämpfen ist Oder irgendwo anders Wo du merkst Okay vielleicht hat er Sogar jeder das Recht Dass es ein bisschen Weißt du Überheblich wirkt Aber da gibt es schon viele Aber die merken es nicht Ja ich bin Zum gut Glück Ich bin eben Hab 2005 Mit dem Kickboxen begonnen War als 13-Jähriger In einem Club Im 16. Bezirk Hab dort auch Meinen allerersten Trainer Habt Den Den Georg Aus Rumänien Mit dem habe ich Noch tagtäglich Kontakt Er ist eben Mein erster Trainer Und Ich bin wie sein Sohn Also wir haben Viel Zeit miteinander Verbracht Also in der Zeit Von 13 bis 18 Wenn sich der Charakter Eben Ausprägt Und wenn man Weiß Okay in welche Richtung Man geht im Leben Da war eben er Ein sehr wichtiger Bestandteil In meinem Leben Ich habe viel mit ihm Menschen Und Jeder kann was Besseres Du kannst Was Besseres Was ich nicht kann Ich kann was Was du nicht kannst Und so Macht das die Runde Also Man sollte Dankbar sein Und man sollte Auch Nicht überheblich Wirken Und manchmal Leider Gottes Gehört das jetzt dazu Vor allem in der Situation Wo ich jetzt bin In der UFC Wo ich eben Provozieren muss Wo ich eben Trash talken muss Weil Es die UFC so verlangt Nicht direkt Sie sagen es mir Nicht direkt Aber Du bekommst nicht das Was du willst Wenn du das nicht machst Und im Endeffekt Ist die UFC Die Nummer 1 Entertainment Und dann ist es Der Sport Und deswegen Die Leute Die mich nicht kennen Entscheiden gleich Schau Er redet blöd Er redet das Aber das ist halt Das gehört zum Job dazu Und aber Alles andere Wir haben uns jetzt Zwei, drei Mal Uns gesehen Oder so Genau Und Ja Also Ich bin Ein ganz normaler Mensch Also Ich führe ein ganz normales Leben Und mache das Was ich liebe Und That's it Cool Aber weil du schon Mit der Die UFC angesprochen hast Wie viel Ist da eigentlich dahinter Bei der UFC Weil man sieht ja nur Okay Alex geht in den Cage Er trainiert ein bisschen Geht in den Cage Zieht sein Ding durch Und kommt zurück Aber was ist dahinter Hast du viel Kontakt Mit der UFC Musst du da irgendwas Gibt es da Verträge dazwischen Oder hast du ein Gespräch Mit Papa Dana Oder irgend sowas Also irgendwas Was man nicht sieht Naja Es gibt eben Am Anfang Hat man sein Management Und am Anfang Ist es relativ easy Das Management Übernimmt alles Die ersten Kämpfe Verträge Hat man einen UFC Vertrag Und dann pro Kampf Bekommt man eben Einen Kampfvertrag Den man unterschreibt Und daneben läuft das alles ab Man bereitet sich vor Die Fight Week beginnt In der Fight Week Wenn man in den Rankings Aufsteigt Und dann wenn man Aufsehen erregt Und eben Wenn man eben In den Top 5 ist Wie ich es jetzt bin Hat man dann halt Mehr Kontakt mit der UFC Und ich habe Den Dana Also ich habe den Dana White kennengelernt Ich habe ihn Drei, vier Mal gesehen Auch kurz mit ihm geredet Meine Anspruchsperson Ist mein Matchmaker Der Mick Maynard Mit dem habe ich mich Vor ein paar Tagen gehört Über 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 das Handy Ich habe seine Nummer Und im Endeffekt Habe ich auch Kontakt Direkt mit der UFC Aber das meiste Macht das Macht auch mein Management Das heißt eigentlich Immer gestaffelt Zur Fight Week Und der Rest ist dann so Ab und zu mal Ein Telefonat oder so Also nicht so viel Wie man es sich vorstellen könnte Ja, nein Es ist so Wir haben ständig Ständig Gespräche Über die nächsten Kämpfe Aber momentan Ist das Eis so dünn Und die Gegner so wenig Zur Verfügung In meiner Situation Dass eben viele Viele Gespräche gibt Wie man was machen kann Strategisch hin und her Und Ja Also Dazu vielleicht noch Was du vor schon angesprochen hast Du hast gemeint Es ist nicht nur Fight Business Es ist auch Show Business Zum großen Teil So One FC zum Beispiel Die machen es ja Bisschen in die andere Richtung Wenn mehr Wenn man das so von außen anschaut Die machen mehr so Das Kämpfen im Vordergrund Und die Show bis im Hintergrund Die die Kämpfe verdienen Aber auch weniger Und es ist halt nicht so populär Dann eigentlich Oder Wie Weißt du Siehst du irgendwie einen Weg Wie man das Kämpfen Noch mehr einen Vordergrund bringt Äh Ich finde One FC Eine sehr gute Und sehr Sehr Super Organisation Und die Kämpfe dort Sind abnormal Also Die sind echt Echt Fantastisch Und Früher war es Der Fall Auch mit Pride Damals War auch Sport An erster Stelle Und dann die Show Wobei Die Kämpfe waren Sau geil Also Ich denke Wenn die Kämpfe geil sind Und wenn die Kämpfe Einen guten Kampf liefern Dann Macht sich die Show von selber Wir sind halt eben In der UFC Wir sind halt in Amerika Und in Amerika ist es halt Der Fall Alle Alle wollen halt das Große Und Show Und hin und her Es ist ein bisschen Respektlos Gegenüber den Kämpfern Dass sie die Show In In Vordergrund Stellen Und das Entertainment Aber natürlich Die wollen ja auch was verdienen Im Endeffekt Äh Im Endeffekt Will jeder was verdienen Und man Wir leben leider Ich würde nicht sagen leider Aber wir leben jetzt in dieser Zeit Wo das Das Brot und Butter ist Und That's it Wir müssen uns Wir müssen damit klarkommen Aber Entschuldigung Dass ich da spreche Aber One FC Also Ich finde Die machen Die sind echt professionell Und die machen echt 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 gute Fights Und Ja Und die werden auch immer populärer Also Es braucht Zeit Aber Ja Ich meine Es wird eh wahrscheinlich Für alle gut sein Denke ich mal Wenn Weil jetzt ist es halt UFC ist halt Nonplusultra Es gibt nichts Größeres und so Aber wenn alle anderen Auch höher kommen Ich glaube nicht Dass die UFC dann kleiner wird Ich glaube dass alles mitträgt Und die Kämpfer Und die Kämpfer Überall mehr Geld kriegen Wahrscheinlich Könnte ich mir vorstellen Auf jeden Fall Der MMA Sport Generell entwickelt sich Von Jahr zu Jahr Immer weiter und weiter Und Die Kämpfe werden immer Attraktiver Und Es ist Es gibt jetzt Kaum zu sehen Wie früher In Pride Ein Striker Gegen einen Grappler Jetzt kann jeder alles Jetzt kann Jeder striken Jeder ringen Jeder grappeln Und Und eben Das ist Das Der Sport entwickelt sich Und natürlich Eben die Popularität Generell Auch in Europa Und auf der Welt Erreicht Einen neuen Status Und Es wird immer mehr Und mehr gesehen Und natürlich Können die Kämpfer Auch dazu Reguliert bezahlt Übrigens Bei uns im Podcast Darf man gerne trinken Kannst der Noko nehmen Danke Danke Das ist sein Okay gut Magst du mit der nächsten Sache weitermachen Ja weiß nicht Corona Thema ist glaube ich Interessant auch Was bist denn du Für ein Kämpfer Bist du eher einer Der den Trubel Rundherum mag Oder war die Corona Situation gerade Für dich angenehm Weil du sagst Okay ich brauche Das Ganze nicht Die Leute machen mich Ehr nervös Bist du nervös Vom Kampf Oder wie schaut das So aus bei dir Es ist immer ein Vor- und Nachteil Mit dem Ich habe jetzt Zweimal Zweimal gekämpft Mit Zweimal ohne Fans Kampf schon ausmachen können Natürlich Auf der anderen Seite Ist Fans Jubeln Hin und her Das pusht dich Ich bin so einer Ich habe das auch immer gesagt Mir ist es echt egal Wo ich kämpfe Ob ich kämpfe In Las Vegas Im MGM Grand Oder ob ich kämpfe Im Park Gegen einen Natürlich einen Offiziellen Kampf Ist mir das eigentlich Wurscht Ein Kampf Ist ein Kampf Und ob es dort ist Oder da ist Für mich persönlich Wurscht Ich würde schon Also ich habe jetzt Wie gesagt zweimal Gekämpft ohne Fans Ich würde mich schon freuen Weil beim nächsten Kampf Fans dabei sind Um eben die Energie Wieder zu spüren Und du hast auch gesagt Nervosität Man ist natürlich nervös Und ich denke auch Nervosität ist was Gutes Weil wenn man nicht nervös ist Ist man unachtsam Wenn man eben Ja Ist man unachtsam Und ich Es ist auch gut Zu nervös zu sein Weil dann ist man achtsam Und vor allem am Anfang Des Kampfes Kann alles passieren Beide sind Beide Kämpfer Sind noch Relativ frisch Schnell Die Reaktionen Vielleicht kommt man Aus der Aus der Aus der Aus der Unkleide Und man ist noch nicht Ganz wach Ganz da Und da ist halt Nervosität Hilft da schon einem Dass man den Fokus Da beibehält Natürlich Auf der anderen Seite Ist zu viel nervös Zu sein Ist auch nicht gut Weil dann schreckt man Schreckt man ab Macht zum Beispiel Nicht Sachen Die man eben vorhat Also Wie ich schon vorhin Gesagt habe Eine Balance Zwischen den beiden Zu finden Das ist die große Kunst Und Ich komme damit Sehr gut klar Also Ich bin natürlich Vor jedem Kampf nervös Aber es ist eine Positive Nervosität Und ich freue mich Ja wirklich drauf Ich bereite mich Dann so hart Vor Wochen vor dem Kampf Und dann ist man Da in dem Moment Und man muss es genießen Und ob das jetzt Ein Kampf von 15 Minuten Ist oder 25 Minuten Sind Da musst du denken Das sind nur die Minuten In deinem Leben Die werden nicht wieder passieren Die werden schon passieren Mit einem anderen Gegner Aber in diesem Moment Es sind nur Es sind nur die Minuten Die du kämpfst Danach geht das Leben weiter Und das Leben hat Millionen Von Millionen Minuten Ja Schön gesagt Stimmt ja Und wenn du Wenn du in Cage Drin bist Das habe ich mich Nämlich schon Aufgefahrt Weil ich finde Das hört man so oft Von irgendeinem Weiß nicht In irgendeiner Pressekonferenz Oder liest das irgendwo Dass so ein Kämpfer sagt Na wenn du in Ring gehst Oder in Käfig Da muss bereit sein So zu sterben Ist das was Über was du schon mal Aktiv nachgedacht hast Oder was dir durch den Kopf Geht so die Wochen Vor dem Kampf Weil ich meine MMA ist Der gefährlichste Kampfsport so Oder den Vielleicht Bärnakel noch dazu Aber es ist schon brutal Und ist da was Mit dem du dich Beschäftigst davor Natürlich denkt man Über die Schlimmsten Szenarien Vor was Passieren kann Aber man denkt auch Über die Besten Und Je Kampf Je mehr der Kampf Anrückt Und je härter ich Trainiert habe Desto mehr Selbstbewusstsein Bekomme ich Und eben durch Durch das Reden mit meinen Coaches Die für mich Auch nicht nur Meine Also Performance Coaches Sind Sondern meine Mental Coaches Mit denen verbringe ich halt Die Wochen vor dem Kampf Und mit denen Rede ich tagtäglich Und wenn der Kampf Immer näher rückt Denke ich immer weniger nach Was 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 Schlimmes passieren Könnte Und ich denke immer nach Wie es für mich Am besten Aussehen könnte Und ich visualisiere Immer den Kampf Gewisse Positionen Was passiert Wenn er das macht Was passiert Wenn er Wenn er Seinen besten Angriff startet Wie werde ich das Auskontern Wie dies Also Man denkt schon nach Aber Dann eben Wenn der Kampf Näher rückt Tun die positiven Die positiven Gedanken Übernehmen Ein wenig Gut Das ist wahrscheinlich Auch ein bisschen So Talent Oder Weil Du kennst es auch Ich kenn es auch Vom Judo Da ist wahrscheinlich Ein bisschen weniger Weil ich meine Das Schlimmste Was da passieren kann Dass du deinen Arm brichst Oder so Da schlagt jetzt Keiner ins Gesicht Aber trotzdem Ist es oft so Dass du so denkst Ich will mich heute Nicht verletzen Ja ja Ein paar Sachen Vor allem Es ist oft so Wenn einmal was passiert Zum Beispiel Beim Training Auf der Matte Dann ist es grauslich Dann hat man irgendwie Das blockiert einen Für ein paar Wochen Nicht wenn einem selber Was passiert Sondern bei einem Trainingspartner Was passiert Oder irgendjemanden Anderen Der gerade kämpft Das blockiert einen Für eine Zeit lang Und sowas Holt einen auch Ein bisschen runter Was haltet ihr Na sorry Ich finde Ja können wir Machen Ja sollen wir machen Ja machen wir Ich habe mir gedacht Wir könnten zum Auflocker Mal ein bisschen Overrated Und Underrated Spielen Kennst du das Also ich sage dir Ein Wort Oder ein Begriff Und du sagst einfach Overrated Oder Underrated Okay Also überbewertet Oder halt ob es So deiner Meinung nach Ganz egal Okay Okay Mundschutz im Training Im MMA Training Äh Mundschutz im Training Ja Äh Overrated Oder Underrated Findest du Sollten wir haben Oder ist er egal Auf jeden Fall Okay Aber warte mal Overrated Underrated Wenn ich sage Auf jeden Fall Ich war auch am Anfang Verwirrt Ja ja Ich war auch verwirrt Auf jeden Fall Also wenn man ihn Haben sollte Also ich bin der Meinung Man muss ihn haben Was muss ich Overrated Underrated Dann ist er Underrated Die meisten haben ihn ja eh Aber es gibt Kennt jeder so Weil es dem MMA Training Ah ich habe Mundschutz vergessen Wurscht ich mache trotzdem Achso na Also eigentlich ist er Underrated Weil er ist so wichtig Dass man ihn trotzdem Haben sollt Underrated Man muss ihn haben Unbedingt Unbedingt Zähne sind wichtig Und Zähne sind teuer Okay Früh aufstehen Als psychologischer Vorteil Gegenüber dem Gegner Underrated Underrated Und Krafttraining Im MMA Sport Underrated Das ist ein Muss Supplemente Zum Performance Underrated Ja Und Shoutout Podcast Underrated Geile Man muss Man muss halt eben Man muss auch den In dem Fall euch Oder den anderen Jungs Was Geben Natürlich Baut sie euch Natürlich auch Gerade auf Und hin und her Und Es war bei mir Nicht anders Also Eben Ich habe keinen Podcast gemacht Aber ich habe Angefangen zu trainieren Und natürlich Will man mit den Besten Trainern Trainieren Und Am Anfang Der Anfang Karriere Man hatte halt Nicht so viel Geld Zum Trainer Zahlen Hin und her Und Ja Da kommt halt eben Was zurück Und Trainer Helfen dir Und hin und her Also Ja Ja danke Auf jeden Fall Sehr gerne Letzter Jiri Brohazka Underrated Okay Cool Da hoffen wir Dass ein Kampf kommt Oh nein Blödsinn Overrated Entschuldigung Er ist overrated Overrated Ja 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 beide Antworten hätten Passt oder Weil ich meine Er ist overrated Als Kämpfer Aber was sind Seine stärksten Qualitäten Sagst Und seine schwächsten Wo erwischt Den glaubst Er hat viele Löcher Im Kampf Er ist seine Seine Deckung Seine Deckung Ist halt nicht die beste Er kassiert wirklich viel Und in jedem Kampf Ist er Fast Also in jedem Kampf Ist er angenockt Stimmt Also im letzten Reyes Kampf Der Kampf hat 6-7 Minuten gedauert Er war zweimal angenockt Ich war in 7 Kämpfen Einmal angenockt In meinen In UFC Kämpfen 7 Kämpfen Einmal angenockt Er war in 6 Minuten Zweimal angenockt Von einem Kampf Also Und ich finde einfach Er ist ein Ein sehr 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 starker Gegner Seine Attacken Er ist halt Unorthodox Er bewegt sich halt Komisch Was man nicht erwartet Eine gute Kondition hat er Ich finde Sein Wrestling Und sein Grappling Wenn ich mich nicht täusche Habe ich nicht viel gesehen Aber das was ich gesehen habe Finde ich nicht Auf meinem Niveau Ich bin ein Striker Also ich Ich unterschätze ihn Auf keinen Fall Ich sehe meine Meine Chancen Sehr gut Und Ich habe ein sehr gutes Team Um mich Die Alle meine Gegner studieren Speziell jetzt ihn In den letzten Wochen Sehr Also Studieren wir ihn Sehr viel Weil wir Daran glauben Dass er der nächste Gegner wird Und ja Also Man muss Jiri Prohaska Fühlt sich wohl Im Käfig Nur wenn er Chaos errichtet Also Wenn Wenn Chaos passiert Wenn Wenn es hin und her geht Aber wenn du Ordnung Ins Chaos bringst Und das kann ich Das stimmt wirklich Wenn du Ordnung Ins Chaos bringst Dann kannst du ihn Brechen Und Bisher Hat es der Race Nicht geschafft Und der Volkan auch nicht Ja Das ist Das ist meine Meinung Zu ihm Ich finde ihn als Kämpfer Also Als Kämpfer Einen sehr Sehr starken Athleten Das was er macht Ist sehr gut Nur Er bekommt halt eben Jetzt den Push Von der UFC Weil er eben so ist Wie er ist Seine Haare Wie er kämpft Und er Aber ich finde eben Zu überbewertet Ich Hype ist schön Und gut Nur der schnelle Hype Ich bin kein großer Fan Vom schnelle Hype Man hat es gesehen Bei Volkan Özdemir Drei Kämpfe Hat um den Titel gekämpft Hat verloren gegen DC Und jetzt hört man Gar nichts mehr von ihm Johnny Walker Gleiche Drei Kämpfe Drei Siege Hat gegen Corey Anderson Gekämpft Ist K.O. gegangen Hat dann noch einen Kampf verloren Gegen Krilov Glaube ich Man hört jetzt Gar nichts mehr von ihm Jetzt kämpft er Gegen Thiago Santos Ein super wichtiger Kampf Für ihn Hamza Chimaev Zwei Kämpfe Mega großer Hype Ein Jahr jetzt nicht gekämpft Durch Covid Hin und her Man hört jetzt auch Sehr wenig von ihm Hat er nicht aufgehört? Habe ich auf Instagram Lesen Er kämpft jetzt Gegen Gegen einen Chinesen Im November Glaube ich Voll Genau Und ich bin Meiner Meinung nach Der Hype Ist gut Aber Ich baue mir meinen Weg Langsam auf Weil ich will Ich will auch lange Wieder auf der Spitze bleiben Wenn ich schnell Ich bin nicht gekommen Schnell rauf Und schnell wieder runter Ich bin Langsam rauf Lange bleiben Und dann Wenn ich entscheide Dann Und deswegen Dass ich die Dass ich nicht mehr Also weiterrede Über das Ich finde Iri Hype Überbewertet Und ich Ich werde das auch Demonstrieren und zeigen Wenn die Möglichkeit Dann da ist Wir freuen uns drauf Extrem 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 Ja Was mir so Das muss ich jetzt auch nochmal loswerden Was mir so taugt An deinem Kampfstil Ist einfach Also Deine Explosivität Die Geschwindigkeit Und So wie du gesagt hast Du bringst Ordnung ins Chaos Und da wollte ich ja auch fragen Wie machst du das? Ist das einfach Was dich Motiviert Es war schon oft so Trash Talk Wo irgendjemand Was bei dir im Kampf gesagt hat Und ich habe irgendwie so Das Gefühl gehabt So Sag es ihm ruhig Es bringt ihn nur noch Es macht ihn noch konzentrierter Und er wird noch gefährlicher Aber nicht hysterisch Und das finde ich so extrem Auch an deinem Kampfstil Einfach Denkst du dir was Oder passiert das automatisch Oder wie ist das? Das ist durch die jahrelange Erfahrung Ich bin halt Ich habe eben 16 MMA Kämpfe Aber ich bin auch Sehr erfahren Ich bin lange in dem Sport Und ich habe wirklich Einiges gesehen Und ich habe gegen Leute gekämpft Die viele Kämpfe gehabt haben Sehr erfahrene Kämpfe Und habe Ich habe einfach Mit meiner Erfahrung Sie übertroffen Zum Beispiel Smith Ich habe mit meiner Erfahrung Smith übertroffen Was die meisten Fights In der Light Heavyweight In der Top 10 hat Also Und natürlich Das Reden Die wollen eben halt nur Die wollen eben halt nur Dass ich in der Spiel spiele Oder Wenn ich am Boden bin Mit denen Sagen Komm steh auf Komm In dem Moment Schalte ich das alles ab Und in dem Moment Zählt nur der Kampf Und meine Performance Und Eben Ordnung Ins Chaos bringen Und in den Kampf Zu bringen Und systematisch Den Gegner Bezwingen Natürlich Jeder möchte einmal Ein K.O. sehen Oder eine Submission Oder einen Fetten Kampf Aber Ein K.O. passiert von selber Man kann es nicht erzwingen Und ich will es auch nicht erzwingen Wir haben schon ein sehr schönes Von dir gesehen Nämlich Ja Was das war Bis der Mal Es wird So Gott will Noch einmal passieren Gegen jemanden anderen Aber ich will nichts erzwingen Es war eben In diesem Moment War es Die richtige Entscheidung Das zu machen Und Ja Also Die Leute reden halt Warum ich meine letzten Zwei Kämpfe Nicht beendet habe Vielleicht Smith Hätte ich beenden könnten Gegen Santos War es ein Hinher Ja Wie gesagt Es ist Mittlerweile Der Sport Entwickelt sich Und Die Gegner von mir Bereiten sich ja auch vor Die kommen ja nicht zum Verlieren Die bereiten sich auch vor Die studieren mich auch Hoffentlich Aber Na sicher Ich weiß Dass sie das machen Sie studieren mich auch Sie haben ja noch ein gutes Team um mich Also Es ist ein Schach Es ist ein Schach Schachspiel Und Ja Also Ein K.O. wird passieren Oder eine Submission wird passieren Dann darf man das nicht erzwingen Man muss es selber kommen lassen Aber würdest du Was mich auch noch interessiert Würdest du dich Würdest du sagen Dass du dieses Ruhe ins Chaos bringen Erst gelernt hast Durch Kampfsport Oder Ich habe Ein gutes Beispiel Wir nennen es das Autodilemma Jeder kennt es Also in Wien Erst recht Man fährt durch die Stadt Und wird angehuckt Und das ist total mühsam Und der schreit dich vielleicht sogar an Oder teilweise sogar Ist mir schon vorkommen In Wien Der macht von vorne die Tür auf Und ich denke mir Okay Was soll das jetzt Warst du immer schon Würdest du jetzt in der Situation ausflippen Oder hat dich der Kampfsport Zu dem gemacht Der du jetzt bist Also ruhiger Und Ordnung ins Chaos bringen Ja Oder Auf jeden Fall Also Kampfsport hat mich Hat mich zu einem ruhigeren Menschen gemacht Also ich bin generell Ein sehr explosiver Mensch Und sehr Man nennt mich nicht nur sonst Rocket Weil ich bin eben Als Jugendlicher und so War ich eben auch Ich habe mich schon Im Park viel geprügelt Und ich habe mir nichts Also nichts gefallen lassen Und natürlich Wenn mich jemand anruft Und beschimpft Natürlich schimpfe ich zurück Also ich werde da nicht Jetzt drüber Stracks weiterfahren Und so Seien wie Also Wie Wie als wäre nichts Aber Was ich nicht machen würde Ist jetzt Wenn jemand jetzt aussteigt Aus dem Auto Und ich steige aus Dass ich als erster hinschlage Na der läuft dir weg Das wird 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 nicht passieren Weil ich weiß Was ich Was ich zustande bin Machen mit einem Schlag Und 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 für das Meine Karriere Zu riskieren Und Und mir einen schlechten Ruf zu erarbeiten Das hat Das ist es nicht wert Natürlich Wenn ich angegriffen werde Werde ich mich natürlich wehren Aber da muss halt Mit den Konsequenzen Da muss man mit den Konsequenzen leben Und Zum Glück Heutzutage gibt es Überall Leute Die Solche Sachen auch filmen Und überall Jeder hat ein Handy Mit einer Kamera Und das wird Auf jeden Fall Sofort Sofort Gefilmt Und sofort Sieht man da Wie was war Aber Ich bin Gott sei Dank Seit ich eben Das professionell mache War ich Nicht in so einer Situation Also Dass es Dass es jetzt eskaliert hat Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht In gewissen Teilen von Wien Oder Clubs Wo ich Wo ich angestänkert werde Oder so Ist einfach nicht Mein Lebensstil Also Das ist eigentlich Eigentlich könntest du Da gleich weitermachen Weil das ist auch Ein Teil unserer Frage Welche? Freitagabend Jeder geht vor Ort mit Ja stimmt 16, 17, 18, 19, 20 Weiter nach oben auch Wie ist das bei dir? Ist das Vor allem früher Vor allem früher Genau Heute wird man belächelt Ist es jetzt Bei uns zum Beispiel Freitag müssen wir arbeiten Wir müssen am Samstag arbeiten Am Sonntag Wir bereiten uns auf Sachen vor Du auch Früher wahrscheinlich Ich mag nicht Ich will mal in die UFC kommen Jeder belächelt einen Haha Der will in die UFC kommen Was will der überhaupt? Wie geht man mit dem um? Wie hast du das gemacht? Was ist dein wichtigster Punkt? Ganz speziell noch dazu Falls du damals schon Mit deiner jetzigen Frau Zusammen warst Wie hast du das gemanagt? Weil die war sicher manchmal Oder vielleicht so Kennt jeder so Ja Freitagabend Entweder irgendwo hingehen Oder gemütlich zu Hause bleiben Nein Ich muss ins Training Ich muss früh schlafen Es gab natürlich Zeiten 25 Als Jugendlicher Damals eben noch Und natürlich Ob du Und dann Warum Warum mache ich das im Bauch? Warum Sterbe ich beim Training Um es dann am Wochenende Schmeckt mir auch nicht Schmeckt mir auch nicht Schmeckt mir auch nicht Und ja Oder Eben mit Freunden Freitagabend Zocken Playstation Lahnparty So wie diesen Sonntag Ja Oder jeden Tag Würde ich sagen Mittlerweile schon Hast du einen Lieblingsrote Wein? Ah nein Also ich nehme eigentlich immer Den Hauswein Wo ich bin Ja Also Ich trinke ihn halt Jetzt Dass ich jetzt nicht sage Ich werde unbedingt Diesen Wein trinken Ich trinke ihn Ja Also nicht Es tut halt manchmal gut Genuss Genuss Auch mit der Frau Ein bisschen anstoßen Nicht Oder 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 mit Freunden Ja Ja und nochmal Vielleicht zurück Wie schaut bei dir So ein Tag jetzt Nicht weißt du Voll in der Weltkampfvorbereitung Sondern so A day in the life Auf Alexander Rakic Das trainierst Denken wir uns vermutlich Aber so Wie kann man sich das vorstellen Weißt du Ein Leben als UFC Kämpfer? Naja Wie gesagt Wie ich vorhin gesagt habe Ich führe ein ganz normales Leben Ich wohne Eben Mit meiner Frau Und unserem Sohn Ja Also es wird mindestens Einmal am Tag trainiert Außer Sonntag Von Montag bis Samstag Wird mindestens einmal trainiert Ob das in der Früh Oder am Abend ist Das 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 hängt davon ab Ob wir was vorhaben Oder nicht Oder Aber Natürlich Trainiere ich Am liebsten Trainiere ich zweimal Nur Wenn ich in keiner Wettkampfvorbereitung bin Wie jetzt Oder wenn ich Wenn ich jetzt Keinen Kampf in Aussicht habe Schaue ich Dass ich auch Zeit Mit der Family Und mit meinem Sohn Verbringe Weil es wird die Zeit kommen Wo ich mich auch Auf die Kämpfe Auf die Kämpfe Vorbereite Und Weg bin Für Eineinhalb Zwei Monate Und Die bleiben halt Immer so klein Und Also nicht Die bleiben halt Nicht immer klein Die wachsen auch Und man will halt Ich habe auch damals Meiner Frau gesagt Bevor 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 Unser Welt Bevor Unser Sohn Auf die Welt gekommen ist Ich habe halt nur Angst Dass ich irgendwas verpasse In der Kindheit Aber mittlerweile Es ist Also ich habe eine gute Balance gefunden Zwischen dem Und Wie du mich vorhin gefragt hast Was ich heute mache Ich habe eben mein Training fertig Fahre dann nach Hause Und hole meinen Sohn Also Mein Sohn ist zu Hause Und dann unternehme ich was mit ihm Was auch immer Park Monkey Park Irgendwas Also Ein kleines Energiebundel Der Kleine Die Energie muss raus Damit er am Abend Rutsch schläft Und Ja Ich genieße die Zeit Es gibt auch natürlich Tage Wo ich In der Früh aufstehe Zum Training fahre Nach Hause komme Esse Schlafe Kurz dann Mit meinem Sohn spiele Wieder aufs Training fahre Komme nach Hause Sehe meinen Sohn auch Für eine Stunde Und dann geht er wieder schlafen Aber Ja Solche und solche Tage Vor allem jetzt im Sommer Will man halt viel Zeit Draußen verbringen Schönes Wetter Weil du gerade über deinen Sohn Sprachen hast noch Da wollten wir noch Weil wir haben überlegt Es muss eigentlich was verändern Oder so Wenn du Wenn du Vater wirst Verantwortung Und Ich glaube du hast dir die Frage ausdacht Was waren deine Gedanken Nochmal dazu Eigentlich Eigentlich nur wie Wie der Sohn Hat der Sohn Deinen Kampfstil verändert Oder generell das Mindset Weil ab und zu liest man es eh in deinen Story So Dass du es für ihn jetzt machst Ja Ich war schon immer Als Kind Und als Mensch Ich bin immer ein disziplinierter Mensch Und habe immer Mein Ziel Oder meine Ziele gehabt Und war immer sehr motiviert Und ich habe das immer verfolgt Und ich habe das eben auch nie erfahren Wie es ist Ein Vater zu werden Oder wie es ist Ein Kind zu haben Und dann ist eben Mein Sohn auf die Welt gekommen Und dann Für mich war das halt eben Ein weiterer Großer Sieg Für mich Und Und Im Leben Und Ich will einmal nur Sagen Oder ich will einmal nur Von meinem Sohn hören Dass er einfach stolz auf mich ist Das was ich gemacht habe Und Ja Und natürlich Im Im ersten Punkt Mache ich es für mich Weil ich Mein Weil ich ein Ziel habe Und Weil ich ein Ziel erreichen will Aber in der zweiten Art Will ich Es Für meine Familie Dass Dass es denen einmal gut geht Dass mein Sohn Dass mein Sohn Dass mein Sohn Normal Also normal Wir wachsen alle normal auf Und Dass mein Sohn halt eben Aufwächst In guten Verhältnissen Dass er Machen kann Was er Auf was er Bock hat Ein Sport machen kann Auf was er Bock hat Ich werde ihn auf keinen Fall In Kampfsport zwingen Aber Wäre es ein Traum Oder Ich würde es mir schon wünschen Und ich werde ihn auch Ich werde ihn auch Mal schauen Wann er bereit dazu ist Ins Gym mitnehmen Ich werde ihm Anbieten Ob er Jiu-Jitsu machen will Boxen Ringen Ich finde Ich finde Kampfsport ist Eine sehr wichtige Sache Fürs Nicht nur für den Körper Sondern auch Für den Charakter Und für das Selbstbewusstsein Wir haben immer gesagt Fußball ist fürs Geld Und Kampfsport ist fürs Mindset So kann man es auch sagen Ja Ich werde ihn auf jeden Fall Er wird Auf jeden Fall Die Basics lernen müssen Vom Boxen Ringen Hin und her Dann was er machen Will Soll er machen Ich würde mir wünschen Wenn er Kampfsport machen würde Ich weiß nicht Ob er Ob ich es Ertragen könnte Ihn im Kampf zu sehen Aber So wie es aussieht Gefällt ihm Basketball Sehr gerne Also er wirft gerne Bälle Herum Und in den Körben Also in den kleinen Körben Ja mal schauen Das wird sich glaube ich Noch 50.000 Mal ändern Aber Es ist eine sehr große Motivation Ein Kind zu haben Und Es ist Jeder Jeder Mensch ist anders Und jeder Jeder sieht das anders Für mich ist mein Sohn Und meine Familie Alles Und ich würde für die Alles tun Genetische Voraussetzung Als Basketballer Hätte er wahrscheinlich Mit seiner Größe Ja auf jeden Fall Also Stimmt Ja Da würde ich Ja Ich hätte gerne noch Was dazwischen gefragt Wegen Visualisierung Das passt gut rein Wenn es Sinn ist Weil du gesagt hast Du visualisierst gerne Ja Hast du das früher schon gemacht Oder war das jetzt erst Ist das mit dem Erfolg gekommen Oder hast du früher schon gesagt Okay Ich mache jetzt Ich bleibe jetzt beim Kickboxen Will unbedingt in die UFC Will unbedingt Ein Kind Oder irgendwie Hast du das schon vorgehabt Natürlich Dann habe ich mit dem MMA begonnen Und da war eigentlich auch klar Okay Als Kickboxer Weltmeister Oder MMA Für mich ist das gleiche Was eigentlich nicht gleich ist Aber damals Als 19-Jähriger 18-Jähriger Sieht man die Welt ganz anders Und eben Von Kampf zu Kampf Am Anfang Die ersten 3-4 Kämpfe Ich wusste nicht noch Was das Wort bedeutet Visualisieren Ich bin einfach gegangen Und habe gekämpft Ich habe 2012 5 Kämpfe gemacht Plus ein Jiu-Jitsu-Turnier Also Was viel ist Für In der Zeit Und dann eben Durch die Verletzungen Die ich gehabt habe Da habe ich halt Viel Zeit gehabt Um Viel zu lesen Viel den Sport zu verstehen Viel als Mensch zu wachsen Und eben Eben viel Physio gemacht Viel verstanden Wie der Körper arbeitet Was wichtig ist Und eben Durch die Verletzungen Natürlich waren es Schlimme Verletzungen Aber ich habe die Zeit Genutzt Um mich zu weiterzubilden Nicht halt Im Kampfsport Also schon im Kampfsport Aber halt viel im Kopf Und dann eben Habe ich begonnen Immer nachzudenken Was will ich eigentlich Wie, was, wo Wie Und dann eben Wo ich dann wieder heil war Also wo ich Wo das alles verheilt ist Und wo ich dann Gekämpft habe Und natürlich Man stellt sich eben Den Kampf immer wieder vor Was Wie würde ich mir wünschen Gefunden habe Und ja, also ich habe da schon Als sehr junger Schon gewusst Das ist, was ich will im Leben Ich will jetzt noch mal ganz kurz Das ist oft Leute Und mir wurde auch noch mal ganz kurz Und mir wurde auch nicht Ich habe noch mal ganz kurz Ich habe noch mal ganz kurz noch gearbeitet habe und wo ich 1200 Euro im Monat verdient habe, natürlich habe ich von denen Möbel für meine neue Wohnung bekommen, ein Auto bekommen. So in der Art. Und weißt du, also ja, also aber sonst, so jetzt, was ich, eines der Sachen, was ich wirklich hasse, sind überhebliche kleine Kinder, die alles haben und nichts respektieren. Und keine respektieren und alles haben. Und das mag ich echt nicht. Und unbodenständig muss er sein. Bodenständig, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube, da ist Kampfsport dann eher ein gutes. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Na, was wollten wir noch wissen? Schauen wir mal. Was wollten wir noch wissen? Ich glaube, wir könnten mal fünf Fragen stellen. Ja, das sind fünf Fragen, die man vorbereitet. Im Prinzip eh nicht viel anders, wie das, was wir jetzt besprochen haben. Einfach kurz deine Meinung dazu oder was du dazu hältst, okay? Was hältst du von Bare Knuckle MMA beziehungsweise Bare Knuckle Boxing und hast, siehst dich selbst einmal in so einem Kampf? Jetzt natürlich offiziell und alles, aber Bare Knuckle ist sehr populär in der letzten Zeit und ich glaube, wir haben sogar eine Liga in Österreich in Bare Knuckle. Ich habe die Jungs kennengelernt. Ich kenne sogar einen, der damals gewohnt hat, auch im 16. Bezirk damals, wir waren zusammen im Park. Die sind damals, die sind zusammen, ich glaube, fünf, sechs Typen waren das, die sind damals bei meiner Autogrammstunde im Malu Atombody Outdoor Gym im dritten, die sind gekommen und die haben eine Bare Knuckle Organisation gegründet in Österreich und es sogar erlaubt. Also nur, dass ihr das wisst. Pugnator heißen die, Pugnator, sowas. Gut zu wissen. Also es gibt in Österreich auch und es ist, es wird sehr populär. Ich sehe mich da nicht im Sport. Ich werde wahrscheinlich, also mein Ziel ist es auch Profiboxer zu werden. Also ich will, das professionelle Boxen ist auch mehr Geld und weniger Verletzungen im Gesicht. Ja. Das kartest dich halt so extrem. Ja, genau. Karten und Brüche und ich meine, beim Profiboxen gibt es auch das, aber da ist die Wahrscheinlichkeit halt niedriger. Chad Mendes hat jetzt gerade unterschrieben. Habe ich gehört. Für Bernacke. Habe ich gehört, ja. Und in Dings, wie heißt er? Der Mastvidal macht jetzt seine Bernacke-MMA-Liga. Ja, er kommt halt vom Backyard-Fighting. Das waren die ärgsten Videos immer. Er und der Kimbo. Ja. Okay. Deine Tipps für junge Nachwuchstalente im Kampfsport, jetzt wurscht, MMA-Kickboxen, irgendwer, der es schon weiterbringen will, weißt du, außerhalb von Hobby-Bereichen. Die Nummer eins ist halt Disziplin zu haben und eben wenn alle anderen Freunde Party machen gehen, dass es halt nicht geht und dass es zum Training geht. Das ist einmal die Nummer eins und die Nummer zwei ist ein gutes Team um sich haben, gescheite Leute haben, gute Trainer haben, die ihnen nur das Beste wünschen und nur das Beste machen wollen. Es gibt so viele, die dich nur ausnehmen wollen und da muss man eben ein gutes Menschenkenntnis und Menschengefühl haben, damit man sieht, hey, will er mich ausnehmen oder nicht. Und verbrennen. Genau. Gott Dank, also ich habe ein super Team um mich und Gott hat mich immer in die richtigen Wege, also hat mir immer den richtigen Weg gezeigt, so wenn ich hingehen soll und ja, da sind wir jetzt. Okay. Und stell dir noch vor, du bist mal Hilfestraße oder Times Square New York, irgendwo, wo richtig viele Leute normalerweise unterwegs sind und irgendwo hängt eine riesige Plakatwand, so und du kannst drauf schreiben, drauf zeichnen, egal was du magst, hast du irgendeine Message, wo du sagst, die willst, dass die Leute jetzt gerade hören von dir. Kann ein Spruch sein. Okay. Wie war dieser Spruch? Kannst du auch überlegen, das ist keine einfache Frage. Ich habe diesen einen Spruch im Kopf gehabt, aber eine Quote, oder? Ja, ja. I will show the world how great I will be. Hat das nicht der Dings gesagt? Der Boxer? Nicht Ali? Warte mal. Irgendein berühmter Boxer hat das mal gesagt, glaube ich, oder? I will show the world how great I am. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, ich suche das nur schnell raus, weil ich habe so ein, ich habe da so ein. Es ist jetzt übrigens ein Quote-Ordner. Es ist jetzt eh gut ausgegangen, gell, mit dem Sitzen, weil ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, also wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass es nicht ausgeht, weil dass der Stutz klein ist. Ich sitze angenehm, du auch? Ja, extrem. Warte, 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 sage ich dir gleich. Aber ich kann dir eine Frage dazwischen stellen. Ja. Lass mich auch eine Frage stellen. Oder ist das zu blöd, wenn du gerade suchst? Nein, nein, geht schon, geht schon. Ich frage dich mal. Ja, ja. Wenn du jemandem ein Shoutout geben könntest, also das heißt, ein Shoutout, das heißt, du kannst jemanden herausfordern zum Kämpfen unter MMA-Bedingungen, aber muss nicht berühmt sein, muss man nicht kennen, irgendjemand, der dir vielleicht, mit dem du noch was klären willst oder einfach so auch zum Spaß so war, der hat mich immer sugiert und keine Ahnung. Ja, auf Wienerisch, der geht am Arsch. Genau. Natürlich offiziell, also der will das auch. Ich würde gerne einmal den Dana White auf die Fresse schlagen. Gute Antwort. Aber da muss man, glaube ich, aufpassen, weil ich habe letztens ein Foto von ihm gesehen, der ist übertrieben auseinandergegangen. Das bringt ihm nichts. Ja, ja, ja. Das bringt ihm nichts. Aber Shoutout aus dem Grund, weil wir haben ja die Shoutout Fight League gegründet. Hast du das nicht gefunden? Nein, aber ich würde eben so in der Art den Leuten noch sagen, sie werden sehen halt, was passieren wird und, 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 dass ich der Champion werde. Ich glaube auch dann und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Also wenn es jemand verdient hat, dann wahrscheinlich du. Danke dir. Danke, danke. Zu Shoutout Fight League wollte ich eigentlich gerade noch sagen. Wir haben ja die Shoutout Fight League gegründet und wir sagen, jemandem einen Shoutout geben, weil wir allen die Möglichkeit bieten wollen zu kämpfen. Allen Amateuren, die irgendwie mal versuchen wollen zu kämpfen, können bei uns kämpfen. Unter geregelten Bedingungen, das heißt wirklich Kampfrichter, Ringarzt, Cutman, alles was dazu gibt und wir hatten das Gefühl, weil wir auch selber versucht haben zu kämpfen, dass eigentlich die Möglichkeit nicht so wirklich besteht für Leute, die jetzt nicht wirklich so schon so richtig reingrutscht sind in das ganze MMA, da den Push zu bekommen und wir bieten dann auch diese mediale Plattform dafür. Also wir filmen das Ganze ab und wenn sich einer gut anstellt, glaube ich, weil es gibt viele Naturkämpfer, weißt du was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Es gibt einfach viele Leute, die können das, weil sie Kämpfer sind, die können das einfach gut. Und solchen wollen wir auch die Plattform bieten, dass sie halt ein bisschen eine Aufmerksamkeit kriegen und ich glaube, das Ganze zieht dann generell den Sport, den Kampfsport Österreich-weit, Europa-weit dann in die Höhe und tut, glaube ich, von dir bis den Kleinsten nur Gutes. Auf jeden Fall. Also ich finde, je mehr Veranstaltungen und je mehr Möglichkeiten die Jungen haben zum Kämpfen, je besser. Also ich habe damals, wo ich begonnen habe, 2-11, wie gesagt, es gab keine MMA-Amateur-Liga, was natürlich sehr wichtig ist momentan, weil in ganz Skandinavien und so ist in der MMA-Amateur-Ligen sehr groß und bevor die zu Profi wechseln, haben alle 20, 30 Amateur-MMA-Kämpfen und dann kommen sie rein und dann sind es Killer. Dann denkst du, du kämpfst gegen einen, der 0-0 hat und du hast 5-0 als Profi gegen irgendjemanden, kommt rein und macht dich fertig. Ja, so wie die Tschetschener auch, Russen, die kommen auch, da wird vieles nachkommen. Ja, es ist halt, die haben dort halt den Sambo und ringen halt dort sich zu Tode, sind halt sehr, 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 sehr mental sehr stark. Und ja. Letzte Frage für heute. Dürfen wir dich zu einer Runde 2 einladen für die Zukunft beim Podcast? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann hoffentlich mit dem Gürtel. Das wäre... Das. Bitte. Das wäre egal. Ich wäre jedes Mal, wenn wir zu Hause zusammensitzen, weil es dir ein Fight nicht ist. Da kannst du nicht ruhig sitzen bleiben, da gehst du immer mit und denkst so so, komm, komm, Leckig, Leckig. Ergst, das war bis Anthony Smith mit Leckigs. Leckigs. Ich glaube, das war brutal. Ja. Ja, ich habe einfach rein... Ich habe einfach gesehen... Also die Axt-Emojis sind am besten da in der letzten Post. Es war einfach wirklich die Axt. Ja, es war einfach auch das Ziel, das Ziel, ihm wehzutun. Das Ziel, das Ziel, ihn mit Kalf-Kicks wehzutun, seine Beweglichkeit, sein Movement zu killen und dann ihn systematisch... Er ist leider zu Boden gefallen, weil nach so einem Kick kann man sich halt nicht so viel bewegen und dann ihm auszuboxen ist dann... Du bist ja gar nicht draufgegangen eigentlich. Nicht wirklich, oder? Nein, also... War das Ziel, oder war das... Und ich habe eben, wie gesagt, damals das erste Camp mit meinem Ringer-Coach, dem Babak, gearbeitet und wir haben wirklich viel an Bodenkontrolle und am Boden-Pressure gearbeitet und das wollte ich halt dann auch zeigen, dass ich nicht nur ein Striker bin, sondern dass ich eben all-rounded bin. Hat man auch gesehen. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Hast du so irgendwelche Tipps für so einen brutalen Black-Kick? Also jetzt fragen sich sicher viele so wie baut er die Energie auf oder hat er keine Angst, dass er sich selbst verletzt? Das muss man eben auschecken. Wenn man den Kampf sieht, waren die ersten Black-Kicks auch nicht so hart, weil du musst halt schauen, wie der Gegner reagiert. Wenn er jeden Kick checkt, kann ich nicht Vollgas kicken. Und ich habe eben einfach eben bemerkt, er blockt keine Kicks und auch die Analysen vor dem Kampf. Er blockt keine Kicks und natürlich, wenn jemand Kicks blockt, natürlich haue ich nicht Harz drauf, weil sonst kann das passieren, was dem Conor passiert. Also Chris Weidman oder Anderson Silva, das will man gar nicht. Man muss eben die Entscheidung, es zu machen, die muss eben zu 100% da sein und du musst auch du musst ihn auch aufziehen, du musst ihn auch genau treffen, wenn er am Vorderfuß steht, wenn er leicht füßig ist, am Vorderfuß, kannst du auch nicht kicken, weil dann bringt er den Fuß weiter rauf. Also man muss diese Situation abchecken und eben durch meine Erfahrung weiß ich ganz genau, wann ich was schlagen kann, damit ich mich auch nicht selber verletze. Aber brutaler gehen die Legkicks wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist schon sehr grenzwertig. Ich habe noch ein paar Kämpfer in der UFC, also mal schauen, vielleicht kannst du noch ein bisschen aufladen. Wird schon. Aber Respekt hast du sicher bekommen, also die nächsten Gegner denken sich sicher, okay, da muss ich mal dran arbeiten, bevor der mich auch so umnietert mit seinen Legkicks, also Hut ab. Alex, danke, dass du da warst. Gerne. Es war echt cool mit dir zum Reden und du bist für uns zwei und ich glaube für extrem viele andere ein riesiges Vorbild. Dankeschön, ich sage danke und wir sehen uns auf jeden Fall noch einmal. Cool, das war wirklich. Danke, mit dem Gürtel. Unbedingt, ohne Gürtel. Guckst du nicht an, das müssen wir warten. Machen wir so. Cool. Gerne doch. Leute, bitte, 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 wer dem Rakic, Alexander Rakic noch nicht folgt auf Instagram, macht es jetzt, klickt es. Eine Frage haben wir schon auch noch, das müssen wir schon jetzt noch machen, weil dann können wir es gleich verkünden. Was? Es kann auch sein, dass er jetzt einfach sagt, nein, machen wir nicht. Wir haben drei UFC-T-Shirts gekauft und würden gern eins in unserer Podcast-Studio hängen und zwei verlosen oder eins verlosen. Eins würde ich gerne in den Stimm hängen bei mir, in den Stimm rein und eins zum Verlosen für unsere Das wäre cool. Ja, sehr gerne, können wir machen, auf jeden Fall. Perfekt. Perfekt, top. Macht es gut. Danke, Alex. Danke euch. Danke. 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 Vielen Dank.